Team Deathmatch Ja und da sind wir wieder bei Doom Und natürlich mal wieder nicht alleine, sondern mit meinem Partner Und diesmal ist er auch wirklich dabei wieder Ice Hallo zusammen Alle alleine So, diesmal Team Deathmatch Ja, jetzt bin ich wirklich wieder dabei Wuhu Mit einer Granata habe ich ihn direkt erwischt, ey Ja, das habe ich gesehen Ah, der hat mich so erwischt Ah, Mann Wer denn? Ja, ich hab' ich drauf gehabt, den Schmuck, ey Echt? Ja, ein Schmuck Boah, dann schmuck ihn Schmuck ihn zurück Was das, was alles? Ha Boah, ey, das hat, ey, das hat ja mit Raketenwerfer Ja, ich hab' dir doch gesagt Nutzen Ich hab' dir nicht gesehen, kein Raketenwerfer, der ist nicht zu langweilig Warum, der haut voll rein Das ist nicht zu langweilig Oh, wirklich? Oh, Armistucki-Tuck Oh, Armistucki-Tuck Ha-ha-ha Hey, voll der Killklauer Typ Ah, das noch einer Hab'n gesehen Wow, der ist Karmel vorbei Ja Boah, das war'n Finisher Hab's gesehen Ah, da hinten ist noch einer, der ist gerade AFK Der ist auf AFK AFK Mann, ich wollte jetzt auch mal einen Finisher machen Aktiviert Wo sind sie die Mondrunde? Siehst du doch da Ich hab' dir keine Karte Das Zeichen Da ist ein Symbol Boah, Mist, ey Ja, die arbeiten wieder voll im Team Boah, wie viel Glück hat denn Ha, den hab' ich aber noch Hab' ich den Revenant Den Revenant Den Revenant Den Revenant Den Pastor Da, nimm die Rune auf Oh, nein Ich hab' aber noch'n Kill gemacht Kill gemacht Kill gemacht Du musst da Symbole, weißt du? Da kannst du Au Boah, der mich ordentlich Klar, wieso? Oh, der macht Einfluss nicht recht hoch Oh, der macht Einfluss nicht recht hoch Oh Ich hab' die Frau vollständig flügt So Danny wird jetzt mal zum Dämon Hi, Danny Hi Ja, beschütz mich Wieso dauert das bei mir immer nur so kurz? Boah, wieso? Oh, ich spring wieder voll daneben Ich weiß worum ich keine Kill schaffe Ich füße mich wieder zu zielen 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 Oh, die Runde gefällt mir Die Runde gefällt mir definitiv sowas von Danke, dass es dir gefällt Ja So, ob du durchgehst Was? Die mögen mich nicht Der ist voll auf die Garten Hoho, ich lege hier gerade richtig los Kann man zwei Kills gemacht? Also ich bin hier gerade voll Richtig am Abgehen Ich merke Also wenn das mal nicht Platz 1 ist, also Uh, wenig Munition Oh, Kage Du sollst die Munition finden Gefunden Äh, 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 äh Pass auf, wo du hinschießt, Junge Hex-Module abgelaufen Aaaaaaah Krieg-Anfall Ja, wo? Boah, hat er mich doch nachher nicht, ey Oh nein, gegnerischer Reverend Abgeblüht Fuck Ich bin in die Luft gegangen So, kein Wunder Äh, ne, da springe ich nicht mehr rüber Auf halbem Weg zum Sieb Boah Wir müssen den Revenant Klopp machen Ja Versuch mal Ach, einfach draufschießen Granate Und dann boom, drauf Drauf, 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 drauf Ich bin hier rum verloren Ja, wegen dem Revenant Oh Oh, Daddy holt jetzt hier ein paar Kills Oh Das ist ein bisschen Abgrund Komplikation Komplikation ї keine gegner auch mal mit gibt er mir ein finisher der sack lebensstreiche noch ha 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 ja immer bei mir bleiben der die ist da ein paar dinge der punkt so war es kann ja von hinten aktiviert altkültig die Bogen die haben diesmal weiter und und auch zurück die Nürnberg Nürnberg worden ich vergesse wird zu tanzen Skullowin kompakt ist und kommen wir in die noch eine Runde dran wenn schon so geil ist na Prozent komm ich will meine Statistik sehen wie viele Kills Herr muss sagen also da diesmal war es richtig gut die Richtigkeit er aber auch er wird ich bin der Blatt die Gegenstände ist 1915 6 Kiel Bauhaus zu vorhin die Monk Kiel als Dämon haste eine nicht viel Bordein hat zählen vom gegnerischen Team wir haben es auch noch geschafft deswegen bin ich jetzt schön gespannt wie es jetzt weitergeht ja noch 15 Sekunden da kommen uns ein bisschen unterhalten über das Wetter boah es schön war da war das Spiel geht los ja weiter geht's an der den Menschen raus okay aber jetzt können wir ein bisschen der Partie startet auch für vier Sekunden zwei 1 2 zu sehr die Gäste 9 9 Danke was Let it go Let it go Jetzt hab ich scheiß auf um A 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 Reis ich bin folge froh sind von dir eine Nächstes Kurs die in der Welt ich bin wieder mein eines Wochen Zeit und den Revenant den gibt es ja leider nur in der Beta soll er noch andere Dämonen geben später da bin auf dem 3 1 mal sehen ob ich diesmal mehr als 6 Kills kriege mal schauen ne erstmal gucken woher die Gegner kommen ich bin schon am Gucken da bist du da geh ich mal hier lang da sind die denn hallo wo ist Holz hier da hab einen ah den hab ich auch noch erwischt ja oh der mich auch ha den hab ich aber auch noch erwischt Panzerung aktiviert Panzerung aktiviert ich frag mich eigentlich oh B ne let it go let it go ja ich bin wieder auf Eis 1 oh pflückt das 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 9 9 9 10 10 10 10 10 10 12 11 12 12 15 15 13 13 15 15 15 16 15 Wow! Finish! Okay, dann häng ich mich einfach mal hier an den Lötz und dann geht's mal los. Ey, One-Shop oder was? Panzerung aktiviert. Ja, gib mir den Revenant und dann räume ich ihn mal ein bisschen auf. Röme mal auf. Ha! Nicht mit mir. Du komm wieder ins Spiel. Ich besuch's ja schon. Gut. Na, 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 wo seid ihr? Ich kann durch die Kategorin, wir brauchen Abtrag. Ah, leider. Schade. Kratscht, schönen guten Laufweg. Jo. Dämonen-Rune taucht gleich auf. Ah, dann gehen wir doch direkt mal. Okay. Och, nö, die haben sich schon wieder. Ja. Ja, du bist so viel am Flachen ohne mich, ey. Manno. Neidiot, trifft mich aber auch nicht. Ah, das war jetzt geil. Neidiot, wo ist der Revenant? Keine Ahnung. Ich seh nix. Ich hab 20 Bildschirms. Ja, dann mach mal Farbe auf den Bildschirms. Gibt mir eine Verpflichtung. Was? Jager ist der Bon. Hey, Bon. Jager ist der Gegnerischer Dämon getötet. Ha, Jungs. Jetzt seid ihr am Arsch. Ich mach jetzt die Jagd auf euch. Kann man mit dem hier keinen Stimischer machen, ey? Na, 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 na. Hey! Ey, das gibt's nicht immer in Team Huschwein, ey. Ja, das ist so. Ich glaube, ich brauch The Bad dafür. Der ist auch eigentlich ein Gamer. Ah, der ist ein Gamer. Na, 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 kommt schon. Wo seid ihr? Noch 5 kills. Noch 1 kill. Ah, nicht mehr viele und wir haben wieder verloren, ey. Na, 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 ich krieg's, ich krieg's, ich krieg's, ich krieg's. Was? Oh, ich sag dir ja, wir haben wieder so Sniper-Heinz. Aber egal, ich hab wieder abgerockt. Ja, wir haben gewonnen. Wie gesagt, Niederlage ist ordentlich für Hochlage. Komm schon. Gold. Such die. Auf jeden Fall wieder... Uh, eine geile Runde. Leider bin ich nicht dabei. Leider. Aber okay, beim nächsten Mal bist du wieder dabei. Okay. Ja. Na dann. Bis dann. Bis dann.